Moin und herzlich willkommen und so heutiges Thema, wie sieht eigentlich der perfekte Prompt für ChatGPT aus? Lass uns starten. Die Prompts und die Notwendigkeit hast du ja bereits kennengelernt. Prompts sind besonders wichtig und stellen die Befehle an ChatGPT dar, damit die künstliche Intelligenz weiß, was du benötigst und in was für einer Form beispielsweise der Output erfolgen soll. Heute schauen wir uns einmal an, wie das Ganze aussehen muss. Ich stelle Ihnen jetzt wieder eine Frage hier, wir gucken einmal und ich werde das aber auch wieder in zwei Sachen oder sogar in drei beziehungsweise unterteilen. Achtung, jetzt bist du kein Lehrer, sondern ChatGPT, also du selbst. Wie muss der perfekte Prompt an dich aussehen, inklusive einiger Beispiele? Schauen wir mal, was wir dort zurückbekommen. Ein perfekter Prompt sollte klar und präzise formuliert sein, um meine Aufmerksamkeit auf das gewünschte Thema zu lenken. Hier sind einige Beispiele für gute Prompts. Wie kann ich meine E-Mail-Marketing-Kampagnen verbessern? Welche sind die besten SEO-Strategien für kleine Unternehmen? Wie kann ich meine Produktivität im Homeoffice steigern? Wichtig ist, dass der Prompt genügend Kontext bietet, um meine Antwort zu erleichtern, aber auch nicht zu spezifisch ist, um mir kreative Freiheit zu geben. Außerdem ist es hilfreich, klare Erwartungen zu setzen, indem man beispielsweise explizit nach einer Schritt-für-Schritt-Anleitung fragt oder um spezifische Beispiele bittet. Deswegen, also ich frage ihn auch relativ häufig nach Beispielen beispielsweise oder nach Formeln und dann Berechnungen für die Formeln oder auch hier, wo drin eigentlich ChatGPT eigentlich mit am allerbesten ist, sind wirklich diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Also man merkt auch in den Antworten, dass ganz häufig Dinge dort dann halt gegliedert werden. Also ob die dann nummeriert werden oder mit Anführungszeichen, je nachdem. Schauen wir mal weiter. Was sind Tricks und Tipps, die viele nicht kennen und anwenden bei den Prompts, würde ich Ihnen jetzt fragen. Einige Tricks und Tipps, die vielen nicht bekannt sind und die bei der Erstellung von effektiven Prompts helfen können sind, verwenden von spezifischen Details. Verwendet spezifische Details in deinen Prompts, um dem Modell einen klaren Kontext zu geben. Vermeiden von Unklarheiten, das hatten wir ja auch schon. Vermeiden Sie unklare Ausdrücke oder mehrdeutige Formulierungen, um sicherzustellen, dass das Modell genau versteht, was Sie von dem erwarten. Was du hier allerdings auch machen kannst, ist beispielsweise, wenn du ihn nach einem Autor fragst, nach einem Thema, dann kannst du ihn auch direkt noch fragen, kennst du dieses Thema, ist dir das bekannt, weißt du, was das ist. Vermeiden von Doppeldeutigkeiten, vermeide die Verwendung von Sätzen, die doppeldeutig oder zweideutig sein können. Verwendung von Kontext, nutze den Kontext, um das Modell auf bestimmte Themen oder Bereiche zu lenken und somit bessere Antworten zu erhalten. Verwendung von Keywords, verwende relevante Keywords. Verwenden von Emotionen, nutze emotionale Sprache oder schaffe eine bestimmte Stimmung, um das Modell zu inspirieren. Verwendung von Humor beispielsweise, es gibt aber auch eine Verwendung von Variabilität. Vermeide immer die gleichen Arten von Prompts zu verwenden, sondern variiere deine Fragen und Themen, um eine größere Bandbreite an Antworten zu erhalten. Verwendung von Feedback, nutze das Feedback, das du von deinem Modell erhältst, um die Prompts kontinuierlich zu verbessern und anzupassen. Verwendung von Sprache, wählen Sie die Sprache und den Schreibstil, der am besten zu Ihrem Modell passen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass es eine sinnvolle Antwort generiert. Ansonsten gucke ich einmal, ob er mir noch etwas geben kann. Dann zeige ich euch gleich noch einmal etwas dazu, wie ein Prompt dann beispielsweise aufgebaut ist. Ein weiterer Trick bei der Erstellung von Prompts ist die Verwendung von spezifischen Informationen. Je spezifischer die Informationen sind im Prompt enthalten sind, desto genauer kann JTPT eine passende Antwort generieren. Es kann auch hilfreich sein, mehrere Prompts auf ähnliche Themen zu erstellen, um verschiedene Blickwinkel und Antworten zu erhalten. Ein weiterer Geheimtipp ist die Verwendung von Vorlagen oder Frameworks, um Prompts zu erstellen. Indem man sich an einem bestimmten Format orientiert, kann man sicherstellen, dass die Prompts konsistent und effektiv sind. Es gibt auch Online-Ressourcen, die Prompts generieren und dabei helfen können, die Qualität und Relevanz zu erhöhen. Ich nenne mir Vorlagen, Beispiele, Frameworks. Fragen wir ihn hierzu noch einmal kurz. Hier gibt es dann zum Beispiel auch, ne? Dann würde er fragen, für welche Art von Vorlagen, Beispielen oder Frameworks suchst du genau? Möchtest du beispielsweise Vorlagen für einen Geschäftsplan oder ein Framework für die Erstellung von Landingpages? Je genauer du mir deine Anliegen schilderst, desto besser kann ich dir helfen. Und jetzt schauen wir uns noch einmal zum Schluss an, dieses kommt von Online-Marketing-Mastermind, wie die Anatomie eines Prompts ist, also wie das Ganze aufgebaut ist. Ganz oben siehst du, simuliere eine Person. Das heißt beispielsweise, wie du schon in einigen Prompts von mir gesehen hast, dass du ihm sagst, du bist ein Texter, Content-Creator, du bist ein Lehrer, du bist ein Musiker, du bist, keine Ahnung, du bist ein Schüler. All diese Dinge gehen quasi oder du bist ein Online-Marketing-Experte, du bist ein Investmentbanker. Also zuerst solltest du ihm sagen, welche Rolle er beispielsweise übernehmen soll. Dann sagst du ihm die Aufgabe und Tätigkeit, also was er dann wirklich machen soll. Dann könntest du ihm beispielsweise noch die Arbeitsschritte geben, dann das Ganze mit Kontext und Einschränkung, dann noch Beispiele zur Verdeutlichung und dann könntest du den Format des Outputs bestimmen. Also ich gehe das einmal ganz schnell durch, beispielsweise du bist ein Content-Creator, schreibe mir einen Marketing-Artikel zum Thema Chat-GPT. Dieser soll in folgenden Inhalten gegliedert sein. Eins Einführung, zwei Anmeldungen, drei Login, vier Nutzungen, fünf Risiken, Gefahren. Dann Kontexteinschränkung, bitte schreibe in der Du-Form, bitte schreibe in einem freundlichen, aber auch seriösen Ton, bitte vermeide schwierige Wörter und all diese Dinge. Hier Beispiele zur Verdeutlichung, beispielsweise könntest du, orientiere dich bei der Schreibweise an diesem Blog und man könnte ihm einen Link geben oder orientiere dich an einem Autor, beispielsweise bei einem Buch, schreibe in dem Stil von diesem Autor. Und dem Format des Outputs könntest du dann beispielsweise sagen, also wenn du dort nichts Besonderes reinschreibst, du könntest ihm aber auch mitteilen, gib mir das Ganze beispielsweise direkt als Code für eine Webseite aus, sodass ich eine Landingpage damit gestalten kann. Oder du könntest ihm sagen, fasse dies in Tabellenformen und dabei Spalte 1 dies, Spalte 2 das und Spalte 3 jenes. Und so würde er dir direkt eine Tabelle ausgeben. Probier es einfach mal aus, viel Erfolg bei der Nutzung mit ChatGPT und wir hören uns beim nächsten Mal.